Ja, willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber die Welt ist ja nicht perfekt. Es ist immer etwas zu warm oder etwas zu kalt zum Beispiel. Wenn es dann zu warm ist, dann wird, wenn die Holzinstrumente höher, die Streicher aber tiefer. Wenn es noch heißer ist, gibt es Dieselfahrverbot. Und deswegen sind ja die Astronomen längst auf der Suche nach neuen Planeten für die Menschheit. Das ist ziemlich spannend. Man hat also die besten Teleskope jetzt schon in den Nachthimmel gerichtet und schaut dann, ob man einen Stern vielleicht ein bisschen hin und her wackeln sieht oder das Sternenlicht verdunkelt sich ein wenig und wird dann wieder heller. Darauf kann man dann auf einen Planeten schließen, der diesen Stern umkreist, einen Exoplaneten. Und dann ist man natürlich auf der Suche nach so einem Ort, wo es immer zwischen 18 und wie viel möchtest du häseln? 23 Grad. Zwischen 18 und 23 Grad. Und dann werden die Streicher eben auch nicht tiefer und die Holzbläser höher. Es gibt noch viel großartigere Orte im Weltrein. Zum Beispiel der 55 hellste Stern im Krebs ist aus purem Kohlenstoff. Ja, dieser Planet ist ein purer Diamant. Es gibt auch Alkoholwolken, die frei im Weltall treiben und die müssen wir natürlich schürfen. Und deswegen werden wir uns also aufmachen zu so einem Exoplaneten und möglicherweise finden wir dann dort auch, was wir erwarten und den Rest hören Sie jetzt Exoplaneten. Und dann werden wir uns auch aufmachen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020